Ich gehe jetzt raus und hole mir erst mal was zu essen und dann gehe ich auch direkt schon zum Stadion, weil ich nicht zu spät kommen möchte. Ich bin so verdammt nervös, ich bin so verdammt nervös. Man, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du. Du bist aus Argentinien? Ich bin Kuwait. Wo? Kuwait? Kuwait. Kuwait, ah. Was ist das? Kuwait? Ja, wir sind aus Kuwait. Was ist Kuwait? Das ist Kuwait, Kuwait, nicht Saudi-Arabien, nicht Maratsch. Ja, ich weiß nicht wo das ist. Kennt ihr das, wenn ihr vor so einer Matheprüfung seid und ihr möchtet einfach, dass es vorbei ist? Egal, wie scheiße es läuft, es soll einfach vorbei sein. Das denke ich mir gerade. Ich wünsche dir, das Spiel wäre einfach vorbei und ich wüsste jetzt, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich habe mir hier jetzt was Gesundes geholt. Äh, Ajay-Bowl oder so, keine Ahnung wie das heißt, obwohl ich gar keinen Hunger habe. Also ich kann eigentlich nichts essen, aber ich muss was essen, weil sonst wird es mir den ganzen Tag schlecht gehen. Deswegen versuche ich mir das einfach rein zu hauen. Also ich kann zwar gerade nichts essen, aber ich muss sagen, das schmeckt echt gut. Das hier schmeckt so ein bisschen wie Eis einfach, das da drunter. Okay, mein U war es angekommen. Jetzt geht es los zum Stadion. What do you say, who win? Äh, today? Yes. Franz. Nooo. Don't say that. Don't say that. Ja, 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 ja. Ich bin so nervös, wie lange noch nicht, ne? Die ganze Zeit Bauchschmerzen. Ich habe das Gefühl, dass mein Magen sich 30 Mal überschlägt. Da ist kein gutes Gefühl, ehrlich. Kein gutes Gefühl. Guck mal, wie viele Franzosen. Scheiß Franzosen! Verpisst euch! Ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern. Das letzte Spiel gegen Frankreich war ein 4-3. Das war so ein spannendes Spiel. Das war das beste Spiel, was ich bis jetzt gesehen hatte. Da hat leider Frankreich gewonnen. Justin zeigt kurz die Tore. Es war das beste Spiel. First Blood France. Di Maria. Oh, what a goal! What a strike! On that famous left foot deflected and in! Those, who've stayed in so far. Pavard. Oh, how about that? Didi and Mbappe. Hopped on here. Mbappe's got another one. See again. And Argentina have another one. Ich hoffe, heute geht es anders aus. Ich hoffe, heute geht es einfach anders aus. Da ist das Stadion. Wir sind gleich da, wir sind gleich da. Es dauert nicht mehr lange und ich bin so... Ich sage es so oft, wie aufgeregt ich bin. Aber ich muss es so oft sagen, weil ich war nie aufgeregt her. Es ist das aufgeregteste, was ich jemals war. Ich glaube, ich steig sogar hier gleich aus. So, just let me where you is for you good. No, it's okay. For me, yeah. Yeah, good? Just tell where you it's good for you. No, no, no. Where you want to go, for me no problem. Okay. Because our drop-off point is there, so... Ah, okay, 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 okay. In this street. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so... Es ist so angespannte Stimmung gerade. Eigentlich müsste ich mich jetzt unnormal freuen auf das Finale. tue ich auch einerseits, andererseits auch nicht, weil ich so nervös noch nie war. Es ist wirklich wie vor der wichtigsten Klausur, die man jemals hatte. Thank you very much, sir. It was nice to meet you. Thank you so much. I wish you have a good day. Yeah, thank you, thank you so much. And we wish we are Argentinian. Yes, 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 yes. I also hope. Thank you, bro. Thank you. Oh, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das Finale rückt näher. Ich muss so krank pinkeln gerade. Ich weiß nicht, ob ich wirklich pinkeln muss oder ob das nur ist, weil ich nervös bin. Das Ding ist, wenn ich schon so nervös bin, ich frage mich, wie nervös die Spieler wohl gerade sein müssen. Die müssen gleich spielen vor der ganzen Welt. Die müssen gleich spielen. Das ist nochmal so ein krass anderer Druck. Ich will gar nicht in deren Haut stecken. Auf Ernst nicht. Gar, gar keine Lust. Lieber gucke ich das Spiel von außen zu, als selber zu spielen. Und ich bete zu Gott natürlich, dass das ein Sieg wird. Und ich weiß, dass das ein Sieg wird. Ich habe jetzt auch nochmal so einen Schal geholt. Einfach so. Einfach so, weil das so krass ist jetzt. Linien Frankreich Schal. Ich habe keinen Bock auf die Frankreich Seite. Aber es ist ein sehr, sehr spezieller Tag. Ich nehme das als Erinnerung mit. Sehe ich nicht gut aus so? Sehe ich nicht gut aus? Ich sehe sexy aus. Alles stimmt. Die Haare sitzen. Das Outfit passt. Jetzt musst du noch das Ergebnis sitzen. Ich muss sagen, ich habe bisher auch kaum Franzosen gesehen. Also wirklich nur, beziehungsweise auch keine französischen Fans. Sehe nur die Argentinien Flagge überall. Das muss unsere WM werden. Das muss einfach der Sieg für uns werden. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Today, nein. Today, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, Nein, Mbappé. Messi, 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 Messi. Messi, Messi. Sie, кто också fühlt sich? Hier geht's. Das ist du, Papa! Jawohl! Vamo! 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 Guck mal wie voll es hier ist! Guck mal wie voll es hier ist! Wie viele würden gucken, wenn ich jetzt schreie? Ah! Ein paar! Also ich pisse mir ehrlich gleich in die Hosen. Es geht nicht mehr. Ich gehe jetzt gerade den Gang hier entlang zum Stadion. Eieieiei! Oh mein Gott! Das ist der krasseste Tag in meinem Leben. Ich glaube es wird nie wieder krasser in meinem Leben. Das ist der Höhepunkt. Danach könnt ihr eigentlich alle deabonnieren. Okay, ich bin jetzt durch die Kontrolle durch. Und jetzt die letzten Schritte zum Stadion selbst. Jetzt bin ich da. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich muss wirklich dringend aufs Klo. Ich glaube es ist nicht nur wegen der Nervosität. Ich muss ehrlich aufs Klo. Keine Zeit. So groß ist das. Dass ich nicht mal alles filmen kann auf Kamera. Und da ist mein Eingang. Ich gehe jetzt rein ins Stadion. Ich gehe jetzt rein. Ich glaube ich bin bei den Franzosen. Ich sehe nur Franzosen hier. Die den Eingang reingegangen sind. Okay, jetzt bin ich drinnen. Heute werden wir gewinnen. Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Gut. 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 Für sie. Gut. 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 Ihr wisst nicht, wo ich... Chat, ich darf es eigentlich nicht zeigen, aber scheiß drauf. Ich sitze direkt am Tor. Ich sitze direkt am Tor, Chat. Direkt am Tor. Wir haben sehr gute Ziele. Sehr gute Ziele. Oh, Fennet ist hier. Oh, no, no. Hier, Elfmeterschießen, das wäre das Klasseste. Aber natürlich will ich das Argentinien-Veuer drin. Er hat schon die Sprache erkannt, Chat. Ist schlecht. Jetzt mag er mich noch weniger, glaube ich. 2M an der Manier-U-Fahr. Ich liebe Deutschland. Yeah! Ich liebe Frankreich auch. Aber Deutschland hat nicht gutes Spiel. Oh, nein, nein, nein. Wir haben Ungarn, Ungarn und Duft. Wir wollen Essen Argentinien. Nein, 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 nein. Wir trinken Argentinien. Nein, 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 nein. Argentinien, Mangez-vous. Ich glaube, ich zeige es nochmal. Was ist das für ein Platz? Heute, ich bin Corzoni, aber ich kann nicht leiden. Es geht nicht. Es ist nicht gewinnen. Es gibt keine Frauen heute. Emiliano! Emiliano! Matine! Vamos! Oh, es geht nicht. Emiliano auf der anderen Seite! Ich bin genau auf der falschen Seite. Guckt mal die andere Seite. Nur Argentinier auf der anderen Seite. Oh! Oh! Messi! 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 Ich sehe sogar ihn. Er ist direkt bei mir. Er ist direkt hier vor mir. Da ist er. Du hast Bieten? Tschüss! Du hast den ganzen... Schauen die ganze Fülle? Ja, die Räume, ja. Ja, ich will euch nicht noch einen Stalin. Ich weiß nicht, dass ich meine Sch Treppe meine Schottle bin. Ok, ja, kein Problem. Ja, das ist gut. Das ist gut, oder? Gut. Ich will es so leicht balls, aber ich will es nicht mehr für meine Schleppe machen. Ja, nein, nein, je mache es! Hier und jetzt! An! Let's go! Es geht los. Es geht los. Direkt ein Foul von dem Paul. Messi, vamos Messi. Yes, yes, yes. André, André! Vamos final! Hey, Messi! Hey! Kommt der Ball, ich stehe direkt davor, ich schwöre. André, André! Vamos, vamos! Er ist direkt vor mir. Messi! Messi! Hey! Hey! Magali ist da! Magali ist da! Wow! 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 Chad, das sind eigentlich Sitzplätze. Aber in diesem Block stehen alle. Hier, das sind Stehplätze. 1 zu, 1 zu, 1 zu! Hey! Ja! Hey! 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 Ah! Oh! Oh mein Gott! Ego! Das ist Messi! Direkt vor mir! Er ist direkt vor mir! Schöner Pass auf die Maria! Ja! André! 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 Hey, Messi! 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 Ja! Die Ball! Ja! Nein! Hey! Ja! Oh mein Gott! Ein Peter! Ein Peter! Ein Peter! Es gibt ihn securities! Jaaa! 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 Es ist ein Pannels. Es ist ein Pannels. Messi. Komm schon, 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 Messi. Ja, ja. Aber bitte, mich langsam. Ich mache das gut. Aber... Es ist nicht... Wenn du Fanisch bist, ich will nicht, dass ich mich nicht auf Tannen und zu antworten. Ja, ja. Ich versuche wirklich, okay. Aber ich bin sorry. Ich versuche wirklich. Ja, ja. Wir sind mit dem Team. Wir sind mit dem Team. Let's go. Let's go. Ich bin mit dem Team. Ihr seid mit dem Team! Ich bin mit dem Team. Bravo! Das ist der schönste Tag meines Lebens und ich habe die Tore direkt vor mir gesehen. Direkt vor mir, Chef! Komm, komm Messi, komm! Das war's, das geht in die Halbzeit. Das geht in die Halbzeit, 2-0, super! Warte, da bin ich im Fernsehen! Mama, ich war einfach im Fernsehen! Ich war, glaube ich, noch nie so glücklich, wirklich! Wow, guckt euch meine Aussicht da! Hey, was geht ab? Was geht ab? Hey, Mama mit Maradona! Mama, zeig deinen Rücken! Mama, zeig deinen Rücken! Hey, Ws in den Schellen! Hey, das ist meine Mama! Das ist meine Mama! Das ist mein Papa! Das ist mein Papa! Das ist mein Onkel! Hey, ich mag keiner! Das ist mein Onkel! Und Gian! Oh, da sind die Spieler! Vamos! Vamos! Emiliano! Emiliano ist jetzt auf meiner Seite! Emiliano! Martine! Martine! Divu! Es geht weiter, es geht weiter! Letten soll das nicht her! Das ist mein genut! Nein, nein! Zinอง das, das heult! König! Schwiebel! 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 Oh, oh, merci! Allee, allee, allee! Vom Bede Paul, vamos! Hey, hey! showed! Jeremy, ey! Andrel, Andrel! 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 Hoi! 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 Da sagt Kunja, oh mein Gott! Alle, ganze Mannschaft, wir sehen sie. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Hoi! 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 Ich hab Angst vor Mbappé, bisschen Angst vor Mbappé. Ich hab Angst vor Mbappé, ich hab Angst vor ihm. Ich hab Angst vor ihm, Mitte nicht! Ja! Oh, der Ball ist direkt hier! Bei mir ist der Ball gelandet. Also vor mir. Kommt schon ein bisschen. Komm, Depo! Oh! Oh! Argentinic spielt so gut, aber... Oh! Oh nein! Oh! 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 Applaus Ja, ja, ja! Applaus Applaus Ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht fassen Ich kann es nicht fassen Nachspielzeit Es geht weiter Los 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 Ohhhh! Ohhhh! Weiter so! Genau so weiter! Hey! Ohhhh! Schön! Schön nachseitig, oder? Hey! Vamos! Lautaro! Ohhhh! Yes! 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 Yieaaaah! Vamos! Vamos! Vamo! Goh! Oh, no, no! He's an act! He's out of the game! Yeah! No! He's out of the game! Can you spell it? Go ahead! Go ahead! Vielen Dank. Das war so knapp! Ey, 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 ey! Ja! Oh! Oh! Wow, was ein Spiel! Wow! Wow! Argentina ist der beste Gegner in der Liverpool. Ja, Franz ist das gleiche. Der beste Gegner in der Argentinie. Das war schlecht. Was auch immer passiert, Respekt für den beste Gegner, den wir nie hatten, in der Argentinie. Wunderbar! Er hat ihn fast. 1-0 Freienkreis. Herz schlägt so krass. Messi jetzt zum Schuss. Bitte, Messi! Ja! 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 Vivo, Papa! Orale Conio! Orale Conio! Vamo! Das ist der beste Tor, den es gibt. Ja! 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 Jiu-Ju-Main! Ja! Oh! Und er sitzt! Er sitzt! Ja, das ist mein Torwart, das ist mein Torwart. Wenn er hält, dann haben wir gewonnen. Nein, das ist mein Torwart, das ist mein Torwart. Ja, komm schon, komm schon. Komm schon. Bitte, bitte, lieber Gott, bitte. Wir müssen jetzt gewinnen. Wenn er trifft, dann sind wir Weltmeister. Wir haben die Champions. Ja! 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 Yes! 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 Oh no! Yes! Jan! Yes! Is that a good game? I'm not going to make it. Yes! 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 He has a good game. Jaaa! Jaaa! Die beste französische Frankreich war die krasseste Mannschaft gegen die wir gespielt haben. Wisst ihr was das heißt? Weißt du was das bedeutet? Ich muss Tattoo machen. Ich mache Tattoo-Chat. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Es war das schlimmste, aber auch spannendste Spiel, das ich je gesehen habe. Messi, rede mit uns! Wir sind der Kampion! Wir sind der Kampion! Wir sind der Kampion! Nimm den Pokal! Nimm ihn! Wir sind der Kampion! Es ist dein Moment! Was kriegt er da angezogen? Was ist das denn? Da hat er ihn! Da hat er den Pokal! Jaaa! Hey! 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 Jaaa! Oh, oh! Wow! Oh oh! Wow! Ja! Ja! Das ist der schönste Tag meines Lebens. Messi hat jetzt offiziell alles geholt in seiner Karriere. Drei Sterne jetzt! Ja! 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 Oh mein Gott, Dibu kommt hier hin auf die Seite! Dibu! Hey! Da ist er! Direkt bei mir! Und er spielt mit seinem Kleinen! Wow! Und macht ein Foto! Jetzt kommen auch noch die ganzen anderen! Ich schwöre auf alles, das ist mit Abstand! Mit Abstand der beste Tag in meinem Leben! Mit Abstand! Da ist das Ding! Das neue Ding! So schön! So schön! Ich bin so stolz, dass ich hier sein durfte! Also auch nochmal ein Video! Danke an alle, die mich supporten und meine Videos gucken! Ohne euch hätte ich das niemals gemacht und hätte mir das auch niemals leisten können! Lautaro nimmt sich da einfach so ein bisschen Tornetz mit! Ich ehre, den Mann hat er sich verdient! Das hat er sich verdient! Nimm das ganze Tor mit, wenn du willst! Wenn es einer dürfte, dann du! Da ist er! Da ist die Maria! Ich habe ihn gefunden! Da ist der Junge! André! Da ist er! Jawohl! Beiß rein, Junge! Jaaaa! Und jetzt ist auch schon das ganze Tor-Netz weg! Jetzt ist was aus dem ganzen Tor-Netz weg! Digga, das macht jetzt aber keinen Sinn! Was macht Lust denn hier, hä? Ohne Sinn! Also jetzt ist glaube ich Zeit zu gehen! Die sind auch dort geblieben! Äh, ich werde jetzt... Ich werde jetzt gehen! Nein, es war der krasseste Tag meines Lebens! Wenn euch das Video gefallen hat... Show me the! Dann verbiss ich mich! Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da! Lasst ein Abo da! Oder macht es auch nicht, ist eigentlich egal! So oder so, das war der beste Tag meines Lebens! Danke!